Herzlich Willkommen, mein Name ist Rüdiger Dahlke. Ich freue mich sehr, ein weiteres Element ankündigen zu können, wenn wir ein Wochenende widmen wollen, das Wasserelement, das Seelenelement. Wir bestehen im Wesentlichen aus Wasser. Wir können so wundervolle Wassertherapien machen. Wir müssen gutes Wasser trinken. Man geht in sich und nimmt sich diese Zeit. Spürt man dieses Gefühl hinter den geschlossenen Augengedern. Also ich freue mich allein zu laden zu diesem Wochenende zum Thema Wasser. Spürt man das Wasser. Bis zum nächsten Mal.